Hat was hier. Hat was. Ich bin gespannt. Bist du ein Theater oder was? Dann macht er ein Wopper. Als ich das Stück aufführe, werden sie mich töten. Gib gut acht, Phanus. Du bist sehr zerbrechlich. Halt dich an's Schreiben. Ich suche derweil das Stück und die Darsteller. Mach einmal. Mach einmal den hier raufsetzen und schauen wir sich das mal an. Ja, und wie wir jetzt die große nächste Basis haben. Ey, Mann. Super. Ich sehe mich jetzt schon wieder 20 Mal hin. Ich sehe mich schon, dass ich wieder 20 Mal neu gehe. Ich sehe mich jetzt schon wieder. Du bist auch eine Idiote, Deppata. Gib den Weg, weil du bist mir reingefahren, du Arschloch. Nur weil dein Pferd dann zerbrechlich ist. Was kann ich dafür, Alter? Geh scheißen, Alter. Geh mit deiner Mutter scheißen, Alter. Das gibt's ja nicht, Alter. Das ist ein Wahnsinn, Alter. Ich bin schuld, wenn er mir entgegenfährt, Alter. Gibt's ja kein Rechtsl, Links oder was bei ihr, ne? Haben sie es nicht erfunden, die Frittrottel? Ein Wahnsinn. Typische Ägypter. Mal kurz, kurz abchecken. Die Wände aus... Nein, die haben sich schon wieder umfährt. Die machen hier sind sehr aufmerksam. Mit man retten kann es auch lustig werden. Hey, was? Ey, es gibt gar Hey. Es gibt noch Hallöcha. Alter, ich sehe es jetzt schon wieder. 120 Gegner. Wenn er wenigstens gescheit aufdecken würde. Bin ich wenigstens froh, dass der durch die Wände sehen kann. Ist das dein Scheiß? Ernst, Alter, du Scheiß-Missgeburt. Gehst du hin? Geh einfach scheißen. Geht mir hier und... Da haben wir schon wieder den Nächsten, aber den hol ich mir jetzt. Geh, nicht scheiß. Geh, den hol ich mir, aber sowas von. Und tschüss. Aber gleich wieder den Nächsten. Zeig, gleich, gleich. Geh, am Teiterer. Gut, dass ich jetzt wenigstens meine Ruhe habe beim Suchen. Wahrscheinlich ein Schatz, war ich klar. Hm. Hm. Okay, aber 11. 11 ist okay. Mit 11 kann man definitiv arbeiten. Mit 11, 12. Ist nicht so dramatisch. Ist definitiv nicht so dramatisch. Ich glaube da langsam kommt, hat mal irgendeiner da hergekommen, gell? Muss aufpassen. Ja, der da hinten. Der Niner da. Hm, das geht wieder abfackeln. Ja, aber mit der 22 kommt er wieder zurück. Fick's nicht. Alter, ich drück extra auf drei, gell? Scheißt auf mich! Was ist denn das wieder für eine Scheißkacke hier? Wusst man jetzt erzählen, dass es wie in Valhalla ist, dass es manchmal Topplatten-Tart funktionieren und dann wieder nicht, oder was? Fick dich, Alter. Wenn du mit dem Scheißdruck beginnst, Alter. Na, warte, nein. Mit dem Scheißdruck brauchst du sicher nicht beginnen. Was? Das ist echt das Fick's. Ich kann jetzt den Tempo zu. Ah ja, Kettenattentat. Das habe ich schon wieder vergessen. Das habe ich schon wieder vergessen. Jetzt habe ich 120 Mal draufdrücken müssen. Alter, funktionier, funktionier, Kettenattentat. Funktionier. 120 Mal draufdrücken, Alter. Mit dem Scheißdruck. hoffentlich funktioniert. Psst. Du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Was? Der ist wieder zu weit weg gewesen. Der ist wieder zu weit weg gewesen. Ja, immer dieser Stich. Immer dieser zusätzliche Stich. Hoppa! Hoppala! Das hilft mir eh jetzt schon, dass wieder irgendeiner Kicke wird und sagen wird. Er ist da, schau, wir werden angegriffen. Komm her, Bulli. Ohne, die schaffen wir es nicht. Okay. Der nimmt mich gleich auseinander. Alter. Ich rufe die Tonnen. Ich rufe die Tonnen. Alter. Jedes Mal immer dieser Scheiß-Modus. Der fickt. Der fickt. Alter. Fick. Der fickt. Der fickt. Was ist das bitte für ein Scheiß-Missgeburten-System? Alter. So nervtötende Missgeburt. Ich stehe da wieder zugleich. Ich stehe da wieder zugleich. Alter. Und das für eine Scheiße. So ein Scheiß. Aber wirklich so ein verdammter Scheiß. Ich bin nicht böse. Normalerweise Instakill. Seien wir nicht böse. Normalerweise so dermaßen Instakill. Ich müsste normalerweise so dermaßen überpowered sein. Ein Scheiß, da bin ich hier. Gefühlt, oder? Level gibt es einfach nur, weil du ein Level hast. Mehr nicht. Du wirst ewig in meinen Gedichten leben. Bring mich nur hier raus. Ah, sie bringen sie auch noch. ein großer Mann vor wir müssen eine Revolution beflügeln du kannst du den Gnädigen auch noch auszubringen müssen voll Leihwand wollen doch gern, da kommt man fix nicht raus das ist kein Superhero das erinnert mich an meine Jugendzeit bei meiner ersten Aufführung war ich ein vortrefflicher Sack Getreide ich bitte dich sei still ich wollte es gerade sagen, du könntest mal den Sackgetreide mal in die Pappen holen ich schlitzel ich aus Lauf, der ist da, Lauf Lauf einfach nur so schnell wie möglich jetzt raus zu tun einfach nur so schnell wie möglich jetzt raus zu tun aber sowas von Lauf, 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 Lauf hat keiner gesehen, interessiert kann, dass ich da bin in die Freiheit getragen, welch einmalige Erfahrung nein, lass mich nicht zurück ich wollte es gerade sagen also, du bist noch lange nicht frei, jetzt bist du frei oh geil, Alter so ja, nein, ja der kann hier hingehen Alter ich trage da auch keiner es gibt noch zwei von uns sie sind geflohen es gibt noch zwei von uns es gibt noch zwei von uns sie sind geflohen sie sind mit Samt ein Stück auf dem es gibt noch zwei von uns wo sind die Darsteller in ihrem Haus nicht weit von hier sorge dich nicht um mich ich finde selbst zurück zum Theater Wahnsinn wirklich ein Wahnsinn schön, 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 dass er sich auch nicht ausstrengen musste wirklich sehr, sehr schön den muss ich da auch noch verteidigen, weil er da wird schon wieder na, warte, na, warte komm schon, ich komm schon weil der ist wieder ein größeres Problem als wie der andere der heißt, dass er so glücklich und allein daheim Schöne hier ich muss auf dem Weg ich bin schon unterwegs, Berle los, da nix gl glücklich schnöw Geht aber wir gehen schnöw 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 durchlaufen bitte gehen schnöw ich bin wirklich Kann ich ja gleich jeden Hauptmann erledigen. Kann ich gleich, kann ich gleich, wo ich sammeln, wenn man nicht böse ist. Ernsthaft, der sicht mich. Ich glaub, da draußen ist... Held! Ernsthaft. Pass auf! Ich decke dich. Alles gut, Filos. Mhm. Ja, da weiß ich mich noch keinen. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Ich frag mich zwar nur so beschissen klettert, aber... Alles in Ordnung. Und Kettenattentat. Komm, 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 komm. Ah, schön, dass er wenigstens auch bescheid weiß. Geh einfach mal. Haben wir's? Haben wir's. So, jetzt müssen wir dann eh nur noch zu dem Eingebäude und tschüss. Ah, tu mal die Straße der Verfolgung zur Mission. Glaub ich, ein gutes Zeichen. Ja, ich glaub, ich hab mir ein bisschen kurz vorbeischauen. Haben wir mir den ganzen Scheißdruck da verkaufen, was wir so alles haben? Verkauf. Mh, 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 mh. Wichtig und richtig. Sagen. Shoppen. Definitiv shoppen. Uuuuh, endlich mal wieder ein bisschen Holz. Gut, gut, gut. Fängt mit zwei jetzt nicht weiter, aber immerhin. Irgendwann... Irgendwann wird's schon öfter. Bisschen besorgt hier wieder das nächste. Sehr gut. Kostet's ja... Huh. Wie das, dass wir eigentlich fuhr jetzt? Mh, mh. 2000 gehabt haben? Fast nix mehr. Super. Wirklich super. Alter. Alter. Die Scheißdinger nehmen mich so dermaßen auseinander zum Up... Zum Aufwerten, zum Upgraden, das ist der Wahnsinn, Alter. Die nehmen mich richtig auseinander, Alter. Das ist Scheißdreck. Scheißdreck kostet so viel. Jetzt hab ich nicht einmal upgraden können, weißt du? Jetzt hab ich nix einmal upgraden können. Einfach kauft's für irgendwann für die Zukunft. Die Maschinen, die wir nochmal gebrauchen. Erdrehen, bitte. Wo ist dieser verräterische Narr? Du findest diesen dreckigen Bettler. Los! Ich nehm mal an, in meinem Patienten hier. Nehm ich mal stark an. Da muss ich auch sehr zu... Fast. Haben wir dieses Gespräch dann auch miteinander erledigt. Sehr gut. Hat mich gefreut. Du warst relativ nett. Genau, klar, ja nicht. Nee, auf. Nee, auf. Versteckt seh schon. Servus. Hat sie eh schon gut versteht. Sollten hier nicht zwei von euch sein? Kapaneos? Er ist geflohen und führte versehentlich die Wachen zu mir. Sie jagen mich wie einen Hund. Wenn du dich um sie kümmerst, kann ich zu Phanus zurückkehren. Und unser Meisterstück lebt fort. Sei ruhig. Dann sind wir schnell hier raus. Natürlich. Ich bin so still wie ein... Gibt seh nix mehr. Hauptstraße. Da ist jemand. Was ist so? Wo die Hauptstraße sitzt? Was genau ist, aber... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Okay, die muss ich dann erledigen damit. Die suchen wahrscheinlich. Weißt du, du entsprichst genau Phanus' Typen. Was? Wieso hätte er nicht einfach seine Fresse halten können? Wieso hat er nicht einfach seine Scheißfresse halten können? Das ist ja ein Witz. Das ist ein richtiger Witz. Er hätte einfach seine Scheißfresse halten können und wir hätten es geschafft. Wir hätten es safe geschafft. Na, er muss unbedingt die Pappen aufreißen. Unbedingt. Das ist ja ein Ding. Phanus erwartet dich. Niemand hält uns mehr davon ab, dieses Regime bloß zu stellen. Vielen Dank, Freund. Ich bin sicher, dass Kapaneus bald zu uns stößt. Wie jedes Mal. Wenn die Gefahr vorüber ist, versteht sie. Er hat unbedingt die Fresse auf. Das ist ja so gut für ihn melden können. Ohne Schaden, ohne nichts. Wenn man schon draufkommt, so... Alter, ist das wirklich hinig? Ich habe jetzt wirklich Dach gehabt, der geht mei an. Wenn man jetzt wirklich draufkommt, so... Nein, bitte nicht. Keine Desynchronisation oder Fehlschlag der Mission oder irgendwas. Nein, das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Aber Gott sei Dank können wir uns eh nicht mehr gehen. Bei manchen halt nicht. Ich würde dir jetzt auch nicht sagen, jede Mission. Ich würde dir jetzt auch nicht sagen, save. Aber den hat relativ viele, Gott sei Dank. Ja, der wird sicher jetzt mal so ein Stück herzeigen, habe ich mal so das Gefühl. Du hast es geschafft, Bayek. Danke. Ich habe nie gezweifelt. Aya ist eine glückliche Frau. Ja, ja. Aya hält sehr viel von deinen Stücken. Sie machte mein Pro-Kleopatra-Stück. Meine Pharaonin. Nun können wir das Stück aufführen wie wahre Poeten. Vielleicht erschlagen uns die Wachen, aber ein Künstler muss seine Vision umsetzen. Irgendwann schreibe ich auch was über dich. Der letzte Magi. Keine Sorge, wir ändern den Namen des Schurken Ptolemaeus und den Titel. Wir sterben nicht und das Stück wird weitergehen. Na dann. Hat ja dann doch irgendwie ein gutes Happy End gehabt. Passt. Leidl. Dementsprechend hätte ich mir wieder gesagt gehabt, wir sehen sich in Odyssey wieder. Leute, haut rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.